Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und es ist unglaublich, meine Damen und Herren, aber wir haben einen Gewinner. Henri hat 60 Millionen gewonnen. Aber der Tippschein gehört uns nicht. Alles okay? Plötzlich bist du Multimillionärin und er taucht auf? Aber wir teilen durch drei. Naja, es ist immer noch mein Lust. Durch drei. Seit wir das Geld gestohlen haben, steht das Böse über uns. Geld ist doch ein reiner Segen. Wir sind jetzt reich, oder nicht? Die Reichen kriegen alles hin. Wartet mal, ein Augeleck. Gibt es eine Deadline? Das ist heute. Gib Gott! Passt doch an! Wie viel willst du, damit du zugibst, dass du ein kleiner Stricher bist? Sag's mir, sag's mir! Danach können wir zögeln, okay? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gesagt, dass Sie mich, bevor Sie mich umbringen, nochmal richtig auf Längs drehen. Gott, wer weiß, was das bedeuten soll. Also, wir kommen Wirtschaft. Wir mag수. Und wir haben Allah's vermologie. Ja. Das haarümüzvah. Bis zum nächsten Mal. ���